Rainer Koch hat mich eigentlich nie gefragt nach der Ausbotung und ich habe ihm aber nie eine Antwort gegeben, aber so war es jetzt sicherlich nicht. Das Thema ist irgendwie schon lange jetzt durch. Damals habe ich, glaube ich, auch die Gründe genannt, warum oder weshalb. Er hat eine sehr gute Entwicklung bei uns gemacht, wenn ich ihn jetzt in diesem Spiel gesehen habe, wie er auch manchmal nach hinten gearbeitet hat, im Vollsprint, ist er nach hinten mit einem unglaublichen Tempo, nach vorne hin macht er gute Wege. Ich glaube, so langsam hat er sich auch richtig eingefunden bei uns und versteht auch unsere Spielweise, die jetzt schon vielleicht auch ein bisschen, natürlich auch manchmal auch abweicht zu dem, was bei Manchester City dann vielleicht auch abläuft. Aber er hat sich sehr, sehr gut gemacht, der Leroy, und im Moment macht er viel Spaß bei uns, für uns, mir als Trainer. Wenn er so spielt, ist er natürlich schon auch extrem gut, extrem wertvoll, extrem gefährlich in der Offensive.